Ich kann einfach rüberjumpfen. Was ist hier denn los? Hey, du da. Es ist was ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblin sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Es ist eine ganze Gruppe von Niblons, äh, Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Ich finde, was da selbst rausgeschehen ist. Das ist wahrscheinlich schlauer, ja. Oh nein. Kreisch. Es ist entsetzlich. Sie haben mein Komet entführt. Die, 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 die Moblins. Warum hilft denn keiner? Klein Komet. So. Wohin sind sie denn gelaufen? Was gibt es hier? Tal Tal Höhen. Was bist du? Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Verstehe. Nicht. Was? Ey, was willst du hier? Jungs, vorseits hier. Ich brauche Hilfe. Was? Bin ich jetzt aus Versehen in die richtige Hülle gelatscht oder was? Jetzt ohne Scheiß, Kinder. Ich... Ne? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber offensichtlich bin ich hier richtig. Ich habe den Hund ja bei ihm hören. Schutz Eichel erhaltet. Oh, für den kann ich dir vielleicht gebrauchen. Ah, da muss der Kopfgeldjäger sein, den Madame Miu Miu gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Du sollst erst mal dich retten. Oh, okay. Ich bin, äh... Ah, das checke ich. Jetzt wollte ich den aufgeladenen Schlag machen. Wollte er mir abziehen. Das hat ganz schön lange gedauert, bis ich sie ausgefunden habe. Das hat viel zu lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie der besiegbar ist. Aber der hat diesen Charger erst sehr spät gemacht. Hallo Hundi! Was Komet gerettet? Ein fürchterregendes Vieh. Achso. What should I do? Merci. Danke, dass du meinen kleinen Komet zurückgebracht hast. Könntest du mir kurz mit dem Gassi gehen? Ich bin gerade etwas unpässlich. Du hast es für mich. Vielen Dank. Wie jetzt? Okay, offensichtlich, äh, sollte ich ihn gar nicht zurückbringen. Ich bin ein wenig jetzt, äh, ich bin sauer. Gerade, wo ich überall diese Steine heben muss, wenn ich mal endlich Steine heben kann. Okay, warte. Äh. Pin. Äh. Äh. Wuff. Graben. Das ist olle Telefon. So, jetzt. Ha, er kann hier einfach futtern. Sehr gut, Hundi. Oh, Kohle. Dreckige Kohle. Nice. Wow, wow. Oh, you know what? No. Eh? Oh, mein Gott. Oh.